da denke muss der sich vordrängeln ja übrigens england ihr fordert der falschen seite verkackt erst mal gleich verkackt hoffentlich kommt da irgend ne stück wo keine Leitplug ist das immer am Arsch ein bisschen bisschen bitte nicht aufnehmen m jetzt müsste so noch ein Konvoi entgegenkommen er hat eine kleine Erwerte der Welt zum Bruder der Bezirkung wollte 100 Leuten die Bretter so auf beiden Spuren besucht der Bezirkung er tut ihm ist nur so aus wenn die ins Regen der Kommen die Kommen über doch gerade die Dinger über Zweck der Obstieg doch von hier rum ab und sei es ist erst mal jetzt gehen bei dem Tier erst mal die Sporen und es sind ein Schiff der Akkise er hat und ich bin ich bin ich bin ja ich wollte jetzt schon weg aber er gehört ja dazu Also ich ramm dich gleich weg. Hahaha Na ja, fahr vorsichtig hinter mir. Ich leckert etwas scheiße. Komischerweise. Wie kann man denn auch gut lecken oder was? Ja. Wollen wir nicht so ein einheitliches Tempo oder wollen wir alle Knallgas geben? Ich gebe Knallgas. Alle ja auch. Was? Achso, okay. Dann bin ich wohl 30 kmh drüber. Ja. Die Kurven sind sowieso etwas steiler. Ja. Die sollte man nicht so flink nehmen. Alles klar. Alles klar. Ja. Okay. Okay. Ist das dein Druckluftremmsystem? Ja. Ich dachte, wir fahren 90. Wir machen eigentlich langsam. Wir fahren noch 90. Wir fahren 100. Ich fuhr gestern schon 90. Ich fuhr gestern schon 90. Das reicht. Ich fuhr gestern schon 90. Alles klar. Ja, wie heißt das? Pass auf, ich schlecke wie sonst was. Du schleckst wie einfach. Und ein Lars ist hinter mir. Was ist nass? Was ist nass? No. Nass, pass auf, ich bremse. Ich bremse zum dummen Kopf. Er überholt einfach in der Kopf. Und du bist zu einem bisschen. Der bremst! 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 Bremst mal mit knapp! Ich dachte, der fährt hier gerade aus! Okay, Achtung! Russe! 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 Russe von vorne! Oh ne! Russe von vorne! Ja, der transportiert Traktoren, also muss es ein Russe sein! Ja, genau! Oder ein Asylant! Definitiv! Ja, oder das! Den LKW und Traktoren geklautert! Warte, warte mal, kann man das Slalom fahren, um diese Markierungen? Das mach ich sonst immer, das geht fein! Warte mal, ich probier's! Fahr' mir mal aus! Ach wohl! Alter! Wut du fack! Fahr' mir mal fahren! Es geht! Ausfahren oder weiter! Auto von hinten? Das Auto von hinten! Ähm, Asyl! Äh, oder ASKÖM! Wir, wir, wir... Ecki, Sam! Fahr' mal neben mir! Fahr' mal neben mir! Wir... Wir bremsen das Auto richtig krass aus! Warte, 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 warte! Jetzt ausbremsen! Jetzt ausbremsen! Und jetzt roll'n das Ding! Oh, du bist zu schnell! Bist zu schnell! Ha, ja, du... Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Und dann die Gülle geben wir! Nein! Was machst du denn? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Und Microsoft... Ha, ha, ha! Und Microsoft Office erstmal schön vorbei! Ha, ha, ha! Ha, ha! Oh, hier wird's dreispurig! Nicht schlecht! Ja! Oh, da kommt der Typ mit dem... Oh, ich hab voll... voll gefickt. Was auch jetzt macht der andere Sau. Mit seinem scheiß Auto. Und zwar scheiß eine Muton. Eine grüne. Jungs, ich muss auch vorbei. Hurra, diese Welt! Geh doch! Äh, Herr Office? Kann ich rein? Oh, der gibt Gas, der gibt Gas. Ohohoho. Alter, wie ein Bild drauf. Äh, Ask Him, mach mal Platz. Ja. Und jetzt bremsen. Und bei Lars, bei Lars knallt er automatisch. Ja! Oh, was ein Spalter, Alter. Hilfe, helf mir mal bitte. Nein. Geh auf Hilfe. Was ist hier genug? Oh, ich hab grad nach hinten geguckt in dem Moment. Halt mal kurz an nach vorne, bitte. Ich glaub, du musst von vorne reinfahren, dass du dich runterziehst. Also... Also... Er... Ja... Alter... Ja, entweder... Ja, so ist eigentlich das Beste. Ich hab nur ab heute in dem Moment nach hinten geguckt. Aber es ist ziemlich schwer, mich da runter zu bekommen. Ich schau mal, ob ich irgendwie ein Autosave habe. Während da... 19.24... Ja, geht doch. Warte... Warte da... Irgendwann, dann komm ich... Und das Auto, Alter. Zieht mich erstmal mit in den Tod. Ich war fast von der Brücke gefallen. Ich hab... Ja... Leck mich aber... Ich bin jetzt da, wo's... Drei Spur... Ich werd jeder. Let's Play oder wie auch immer du heißt. Ähm... Kannst du mir mal... Ähm... Ich würd gern mal den Mod haben, den ich nur für die... Für die Bullenfänger hast. Für die Runden leuchten. Den hab ich aber, der funktioniert bei mir nicht mehr. Was? Achso. Okay... Kannst du denn hier einen Channel hochladen oder so? Okay. Okay, danke. Weil ich such den schon ewig, aber den gibt's nicht mehr auf der offiziellen Seite. Geht du Office 360 Grad, fahr mal ein Stück vor. Ja, Office 360 Grad. Achso, ich dachte, das Pack kostet 1 Euro. Ich geb nicht, sonst hätt ich dir keinen Euro gegeben. Also, ich komm grad von hinten angeballert. Äh, Herr Gülle, was machen Sie? Na ja, das ist die Gülle-App GmbH. Ja, die Gülle-App GmbH. Ja, genau. So, kommen wir weiter. Alle wieder da. Unser Kleiner. Ja, gewonnen noch. Achso. Ich glaub, hier wurde ein Kolben geklaut. Ja, von... vom Kolben? Nein! Und Herr Gülle fährt wieder oben lang. Ne, wieder... Wieder eine Extrawurst, Herr Gülle, ne? Danke, dass ihr gewartet habt. Ja, los, mach raus. Was wird denn das kurzer? Willst du mal... losfahren? Willst du mal hoch? Ja. Ja. Also, wieder runter. Jetzt gleich. Oh... Gülle GmbH musste sich natürlich wieder reindrängen. Und hier hat Gülle hinten drauf. Ja, ich bin schon auf der anderen Seite. Was? Ja, im Stau. Also, es geht nicht schneller. Sorry, Jungen. Hey, nicht überholen. Oh, jetzt ist der Motor ausgegangen. Oh, Mann. Was wird denn das? So eine... Was macht die? So eine... Ich soll vielleicht öfters bei diesem Chaos kommen, weil es demnächst nur mitfahren. Jo, ha, ha. Oh, das ist so geil. Office, jetzt nicht zu bellig. Ja. Nice, ich bin jetzt schon durch und ihr fangt... Nein. Ich fahr wieder Slalom durch. Ne, bitte nicht. Aber hier geht's. Ja, genau. Ich war jetzt der Einzige, der durchgefahren ist. Really. Bye, have a great time. Bye, bye, have a great time. Ja, mhm, 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 mhm. Ey, ich hab mal ne Frage. Wieso kann ich im Konvoi über 400 km h in Stellen, also im Tempo Mart? What? Ich bin jetzt bei 500. Ich bin jetzt bei 500 im Tempo Mart. 600? Wieso kann man so hoch stellen? Das ist doch dämlich. 700? Ich guck mal ob ich mir 1000 ankomme. 800? 900? Wie dumm ist das denn? Als ob das Ding dort 100 dreht. 1000? Hey, wie weit geht das? Probier das jetzt mal aus, Jungs. Oh nein, als ob jetzt der Motor ausgegangen ist. Nein. Boah. Wo ist ich, Jungs? Check an Office im Arsch, stell es jetzt fällig. Office huckt schon, ne? Ich bin vorbei. Oh, 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 oh. Oder geht es da dran? Aber kann man davor und durch, ja, kann man nur. Pass auf, ich komme mit knapp 150 Jahren geprettert. Jetzt hast du das mal überholen und übergesehen. Office wollen wir so ausbremsen? Was? Ausbremsen sind die anderen? Doch, wir machen eine Konstanzes Tempo. Warte mal, wir fahren 100, okay? Black schon wieder so bescheuert. Ich nehme 100 und jetzt bremst wir so aus. Wir werden immer langsamer, wir werden immer langsamer, warte, warte. Immer langsamer werden. Ey. Ich zieh doch nicht rüber, du Arsch. 80, 80, jetzt gehen wir auf 60, jetzt gehen wir auf 60. Jetzt gehen wir auf 60. Was machst du? Ich fahr, fahr mit dem LKW auf 60 Meter. Ich fahr 60. Ja genau, fahr 60. Genau, genau, genau. Und jetzt ein bisschen rumschlenkern, jetzt ein bisschen rumschlenkern. Ja, ich bin gekickt worden. Jo, der knallt durch die Baustelle wie so krank. Mal gucken, was die anderen machen. Ja, ich bin gekickt worden. Warte, ich mach Slalom, warte, ich mach Slalom. Oh, ich hab schon übelst viel Shorten. Ich hab schon 62% an LKW. Echt? Ich hab nur 29. Wo sind die anderen? Wir haben sie, glaub ich, verloren. Ja. Asim, guck mal. Ich bin dafür, dass wir einfach an der nächsten Mal rausfahren. Ja, okay, wir sind sowieso... Wir fahren jetzt nach Birmingham runter. Oh, da hinten kommen sie. Seid ihr grad neben so einem roten Fahr-Eck? Alter. Hä? Office? Hast du da gerade runter? Hallo? Offi? Office 63 Grad. Hallo? Darfst du da gerade rum, oh? Alles klar. Jo, bist du dumm oder so? Nein, jetzt. Ach so, du bist doch hier runter. Warte, warte, wir halten an. Warte, wir halten an. Na ja, ich hab geguckt. Langsam, langsam, langsam. Oh, der, nee, der gehört nicht. Oh, pass auf, pass auf. Ich muss die doch vorbei lassen, du dunkel. Jo. Guter Knaller, guck. Boah, was macht der? Ich hab ja ne Druckluftbremssystem anmachen hier. Was machst du? Das war ich nicht. Das ist die Gülle GmbH. Wer ist denn Gülle? Wer ist denn Gülle hier im Channel? Niemand, oder? Ich weiß nicht, wer das ist. So kurz vor 09. Join. Join. In Ordnung, ob der hier im Team-Speaker ist. Hey, was macht der Typ? Ja, erstmal schlafen. Ich würd mich halt noch abdrängen, ne? Und ich komm hier nicht raus. Ich bin hier jetzt... Alter, was ist denn mit dem Typ falsch? Hallo. Er ist hier kommen? Hallo. Join. Join. Boah, ich dachte Gülle. Ich wollte mal wissen, warum er... warum er vor mein... vor mich gezogen ist. Ey, hast du aber auch gesehen, Aki, oder? Ja. Hat er... der hat mich abgedrängt? Höh? Wer kommt da? Office 360 Grad, oder was? Hä, Office? Was macht der da? Office kommt zurück. Er lässt sich nicht aufhalten. Ui. Ui. Wie geht's hier in die Stadt? Keine Ahnung. Und das ist ziemlich spannend. Na, dann können wir ja gleich alle hier an der Stelle F7 Enter machen. Ja, stimmt. F7 Enter, ich komm nach London. Ja, ich auch. Also Gott. Der kurze... der kurze fährt... fährt vor mich. Ich kann nicht mehr bremsen. Ich knall ihn rein. Oder? Hm. Habt ihr auch gesehen, oder? Ja, klar. Ich wollte den Kinder, ja. Wenn ihr mich... wenn ihr mich bannt seid, auf meiner Seite, oder? Ja. Jetzt hat einer so... Nee, nee, nee. Ich nicht. Danke, Lars. Stimmt, du hast es nicht gesehen. Stimmt. Du darfst nicht lügen. Du darfst nicht mal für deinen... für deinen Chef lügen. Ich bin... Du bist mein... mein Lehrling. Was? Du bist mein Lehrling. Ja, du Sack. Genau. Ich hab einen eigenen Radiospot jetzt gemacht. Also hört rein, ne? Hört auf jeden Fall nicht rein. Also die CCSW Logistik, also so ein Kackhauf, ne? Das gibt's ja gar nicht. Aber was soll immer das CCSW ausgeschrieben bedeutet? Keine Ahnung. Was? Was? Karls Convois? K-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Karls Convois, ok nein. So muss es sein. Ey, warte mal kurz auf mich Mädels. Ja, ja, wir warten hier. Ist sowieso noch pinke Pause machen, ne? Karls Convois. Ja, ich muss auch nicht fahren. Karls Convois, warte mal. Karls Convois, warte mal. Karls Convois, wie geht's weiter? Da war ich dann wieder der Gülle. Nee, ich meine, wie ging's weiter? Karls? Was war das echt? Karls! Trottel. Ach, Karls Convois Südwest. Ah, so. Sorry, Jungs. Ich hab's echt nicht verstanden. Ich dachte, Karls Convois? Nice. Nice. Ich nenn meine Firma jetzt auch so. Ah, Karls. Ja, genau, Karls Convois, genau. Du hast nicht mal eine. Was? Du hast nicht mal eine. Was? Eine Firma. Doch, hab ich. Ey, stimmt doch gar nicht. Im Übrigen jetzt, ich hab den, der Jonas ist jetzt gut gekommen, ne? Echt? Ja, ich hab den gestern unterwiesen. Ich hab's gesehen, dass er gestern irgendwas hatte. Weil der hat noch nicht vor einen Namen geschrieben. Oh, ich bin auch auf euren Seite. Nicht schon wieder. Wart ihr jetzt schon wieder los? Ja, ich... Ja. 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 Da hol mir jemand eins. Oh, schau, Harald. Ist der Kurzer hier? Ja, das ist der... Die Gülle GmbH hier. Hä, ist der da? Ne, ne? Ja, der ist hier in der Werkstatt. Was? Hä, wie hieß der nochmal? Ja, kurz mal. Da hast du die Saar verkürzt. Hä, Charlie spielt jetzt auch mal. Ja, hier, hier. Okay, ich hab... Okay, ich hab... Ja. Habt ihr denn für eine? Ja. Mach ich mal eben. Ich sicher mit, ab wenn's gestattet ist. Och, nee. Wo soll ich mein Auto auch noch holen? Ich... Ich hol mir jetzt hier eine Werkstatt und dann kaufe ich mir ein Auto. Beziehungsweise teleportier mich mit meinem Auto hierher. Mach ich auch. Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, bis jeder ein Auto hat und dann... Ja, und dann treffen wir uns bei der Werkstatt wieder. Ja. Wir sagen, eine einheitliche Lackierung, oder? Ja. Ohne Rundeleut. Ne, ich... Ich lass runterleucht. Lass doch die Eindolk-Lackierung nennen. Zum einfachsten. Äh, der letzte Play bitte einmal. Let's Play. Ja, das ist sicher mit der Abwenz gestattet ist. Ich sicher mit der Abwenz gestattet ist. Gibt statt zu sichern. Ja. Ja, den Chaos kommt wohl hier. Ach, ich hab die Garage schon. Wo sind wir denn? Ja. Da in den Cambridge. Wir sind in London. Wir sind doch nicht in London. Na klar! Ja! Wie seid ihr... Ihr Leute... Hallo? In London! Dann hier in London. Er schreibt was, ich bin auf. Gar nicht. Ach so, kurzer, ach hier, aha. Äh, was soll man denn für eine Farbe reden? Ich seh schon mit ab. War ja mal ne Zeit lang bei der Contrax. Oh, Office, sorry, dass du das Sankt enthalten hast. Wer, wer, warum hört man die Tastatur? Keine Ahnung. Wer ist denn das? Oh, wahrscheinlich. Naja. Komm gleich wieder, ich hol bitte schnell mein Auto. Komme. Hol mein Auto. Ich auch. Ja. Ja. Reuken mit Absicherung, hab's gedacht. Ich hab noch abgeschickt. Ich hab noch abgeschickt. Jo. Ich würde sagen, jeder macht irgendeine Lackierung und wir lassen uns nachher überraschen. Ja. Warte. Welchen denn? Ist egal. Dann gehen wir vor. Ja. Wohin? Wir sind schon. Dann nehmen wir auf Tour 1. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Da unten oder irgendwo bei Virtuellen Spedition. Ach so, da, ja. User Left Tour Channel. User Left Tour Channel. User Left Tour Channel. User Left Tour Channel. Gut, da sind wir wieder. User Left Tour Channel. Alles klar, alles geklärt. Hab nur schnell einen Date mit ihm ausgemacht. Ja. User Left Tour Channel. User Left Tour Channel. Ne, 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 Ne. Ne, wir haben uns nicht vom Eintritt. Ja, er hat Werbung für seine Firma bei mir gemacht. Hab ich nicht, wir haben die Farbe ausgemacht. Ich muss auch vorher noch mal danken. Sonst geht mir doch Sprit unterwegs. Döten. Oh, guck mal, da ist ein E.O.B. 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 Du feierst dich so sehr. E.O.B. 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 Nächste. ложone. E.O.B. 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 Was sind denn das für feste Büsche hier, Alter? Betonbüsche, oder was? Ach so. Und wieder mal merke ich, dass die Bremse davon richtig scheiß ist. die Bremse davon. Ja, musst du einstellen. Ja, ich hab das auch volle Power. Ja, und? Ja, das funktioniert ja immer noch nicht. Die Bremse ist ja immer noch scheiße. Oh. 1, 2, 3, hört ihr ruhig? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Will ich kommen. Oh. Ja, übrigens 1, 2, 3, 1, 2, 3. Warte, Alter, hatte ich Glück. Der wäre mir fast reingefallen. Aki? Jo. Partnerluck? Ja. Hübsch, hübsch. Hätte ich gar nicht gerechnet mit der Farbe. Wo sind denn die anderen? Hübsch, wuh. In der Bergstadt? Ja. Wann kommt denn hier? Das dauert ja ewig bei euch. Alles klar. Ich würde sagen, etwas fehlt. Da hast du mühscht. Warum hast du die gleiche Farbe? Okay, mach'n Partner lock. Pass auf, Lars. Ist es der SL? Ey, Lars drängelt ihn ab. Geil. Was macht denn hier? Ey, Aki, guck mal. Und ich steh' wieder. Warte, ich will auch mal. Meiner fängt im vierten Gang an loszufahren. Was ist hier los? Ja, die Autos sind so ein bisschen weise, so kompiert. M, M, Let's Play? M, M, Let's Play. Er heißt eher immer noch. Ja, war ich fest. M, ich und Aki wollen hier bei uns noch Zaubertricks vorführen. Aki? Ja, warte, ich muss uns mal wenden. Moment, warte auf Aki. Und der SL knallt da rein. So, jetzt. Ey, warte mal, lass die nicht. Ey, nicht rum, sondern was soll denn? Lass mal den LKW vorbei. Und jetzt, Aki leg los. Oh, jetzt kommt Aki. Volle Besch... Leute. Was? Dann muss ich's dir zeigen. Ja, es ging nicht. Nein, Lars. Oh, nein. Ich werde's aufs Dach verbrannt. Alter, ich fahr auf der richtigen Seite, ne? Und dann kommt dieses Pisskind. Jo. Jungs, aber ich würd sagen, warum gehen wir überhaupt auf EU2, wenn wir Quatsch machen. Ich würd sagen, wir gehen auf einen anderen Server und da machen wir richtig scheiße. Ja, aber EU2 ist doch der einzige Server mit Speed Limit. Äh, ohne Speed Limit. Nein, EU3. Nein, EU3 auch nicht. Wollt ihr EU3 gehen? Ja, wenn wir Scheiß machen wollen, ist es erst sinnvoller, wenn wir auf einen 3er gehen würden. Gehen wir mal auf die Seite, ne? Das ist... ... Verpisst dich doch mal! Ja, was? Ja, du Sack! Jungs, irgendwas ist noch schiefgegangen bei mir. Ich seh's, wiederum. Ich backe im Boden, was soll die Scheiße! Dein Name ist Kevin. Jungs, wir fahren irgendwo hin. Ich geb dir Rude vor. Ich bin's, Playskull. Könnt ihr mal ganz kurz auf mein Server gehen? Why? Da müsst ihr alle immer gut rechts ran fahren. Ja, aber auch kein Bock drauf. Oder so? Ich machs weiß wie, ja. Wie? Wie. Wie es. Was ist? Ja, Füße pink. Was hast du gesehen? Ja, geil. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben Ferien. Oh. Ey, das sieht aber heiß aus, was ich drauf hab. Das sieht heiß aus. Warum ist es los? Was? 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 Wo ist das Hotel? Ach, hier ist das Hotel. Ey, wir gehen alle EU-3, oder? Ja, bei mir auch. Bei mir nicht. Kann ich mein Lenkrad noch kurz Neues hingrünschen? Von mir aus. Oh Mann, Lars, darfst du nicht mal nachgeben? Also ne, ich okay. Fast schon. Ich kann auch mit dem Lenkrad so fahren. Das ist scheiße, aber geht schon. Also EU-3, ne? Ja. Ja, gut, aber wir können auch South America machen. Oder Hongkong, da sind die Ziegen. Alter, ich hab 56 ms auf dem Teamspeak. Cressalize, Alter. Cressalize, du? Cressalize! Cressalize! Ja, bei mir muss das Game-Up-Greis ausrasten lassen. Habe ich halt eigentlich schon erzählt, dass ich ein Original-Autogramm von Geo Paddle hab. Hier. Hier. Wir eskalieren ist noch ein wenig und gar nicht. Wir sehen uns noch einen kurzen Werbung-Verbrechungen wieder. Auf welchen Türen gehen wir hin?